Die Lava-Kanone ist schon in Kürze einsatzbereit. Das wird Novelmore heiß-kalt erwischen. Verstehst du? Heiß-kalt? Rüstungen sind eine Plage. Ich wünschte, ich könnte im Kampf meinen Schlafanzug tragen. Ich könnte etwas passendes erfinden. Aber ach ja, ihr habt mich ja für's Erfinden verhaftet. Mit dieser Einstellung wirst du es im Leben nicht sehr weit bringen. Wachen! Bringt die Gefangene! Gwyn, es geht dir gut! Bis auf die Tatsache, dass ich verhaftet wurde, weil ich eine Frau bin? Ja! Ihr wurdet nicht verhaftet, weil ihr eine Frau seid! Ihr wurdet verhaftet, weil ihr versucht habt, meine Armee zu übernehmen! General McGriffin, Gwyn ist die beste Soldatin, die ihr habt? Hm, dem widerspreche ich nicht. Aber es gibt Vorschriften. Und eine davon besagt, dass ich der Einzige bin, der unsere Truppen tapfer ins Territorium des Feindes führen kann, um Prinz Arwen zu befreien. Also, ähm, ich habe mich gefragt, wie ich das wohl am allerbesten tun sollte. Hm, nach dem, was ich über Crimson Caldera gelesen hab... Warte, ich muss mir das notieren. ...müsst ihr eine todbringende vulkanische Wüste durchqueren. Ungeschützt und angreifbar. Dann gibt's da die Lava-Minen und damit Raiders und Höhlenwürmer. Und dann? Oder... Oder... Oder ihr stellt ein kleines Rettungsteam zusammen, das absolut entbehrlich ist. Eine großartige Idee! Aus Dario und mir! Das ist eine furchtbare Idee! Du hast recht, Davonchi! Gwyn ist meine beste Soldatin! Wachen, befreit sie von den Ketten! Ich mach das! Mit meinem praktischen Dosenöffner! Oh, den könnte ich für meine Rüstung gebrauchen! Könntet ihr aber... Ihr habt eure Erfinder-Privilegien verspielt! Also los, Dario! Wir beide werden Arwen retten! Es wird ihn sowas von ärgern! Wie schön, dass du der Einladung zu meiner Tea-Party gefolgt bist! Einen Muffin? Äh... Calvin... Wie lange wirst du hier schon gefangen gehalten? Ah! Eine Frage für die Antworten-Puppe! Hallo! Ich bin Sir Lam Salot! Hier unten gibt es keine Zeitrechnung! Hier gibt es nur Calvin! Hilf mir! Du sollst diesen Puppen-Quatsch lassen! Zurück an die Arbeit! Gefangene zur Arbeit zu zwingen ist gemein und unmenschlich! Und wie sollen wir sonst die Munition für die Lava-Kanone herstellen? Lava-Kanone? Sobald sie einsatzbereit ist, sind wir in der Lage, Novelmore in Schutt und Asche zu legen! Ganz entspannt von unserer Lava-Grube aus! Nein, das ist... Gemein und unmenschlich? Das ist genau unser Ding! Hahaha! Ich fühle deinen Schmerz, mein Freund! Ich liebe den Geruch von Schwefel am Morgen! Es riecht so... Schwefel am Morgen! Es riecht so... Schwefelig! Hmm... Augen nach vorn, ihr schmierigen Ratten! Du kannst das richtig gut! Ich weiß! Calvin, ich muss die Lava-Kanone unschädlich machen! Kannst du mich dorthin führen? Tu's nicht, Calvin! Aber Sir Lamselot, das ist meine Chance, etwas zu verändern! Du Narr! Du bringst uns beide in Gefahr! Was geht hier vor sich? Was hier vor sich geht? Was geht da vor sich? Ich bin frei! Sir Lamselot, jetzt bist du dran! Lauf in die Freiheit, mein Freund! Also, führst du mich zu der Kanone? Uh, tja! Sir Lamselot war der einzige, der den Weg kannte! Aber er hat's mir mal erzählt! Vielleicht erinnere ich mich dran! Nein, es geht ganz sicher da lang! Die Lava-Minen sollten sich einige Ebenen tiefer befinden! Wir müssen eine Lore nehmen! Dario, du scheinst zu wissen, was du tust! Ha! Ich weiß! Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Ah! Arwen, ich bin's! Brody! Ich weiß, wir sind Erzfeinde, aber deshalb können wir beide doch trotzdem zusammen Musik machen! Arwen? Arwen! Brody! Weißt dein Vater, dass du mit unserem Gefangenen musizieren willst? Wo ist Prinz Arwen, Kaboom? Ich weiß, ich hätte ihn hierher bringen sollen, aber ich habe ihn an einen viel, viel besseren Ort gebracht! Wohin? In die Lava-Minen! Puh! Gehst du jetzt und verpetzt mich bei deinem Papi? Nein! Ich gehe zu den Lava-Minen, um zu verhindern, dass Arwen unsere Lava-Kanone zerstört! Du weißt schon, das Ding, das wir bauen, um seinen Königreich niederzubrennen! Oh! Und danach erzähle ich's meinem Papi! Ich meine, äh, Vater! Au! Ha! Das war lustig! Wir müssen nur durch einen dieser Tunnel! Ich sehe es! Langsam... Warte... Jetzt! Auf sie! Was macht ihr denn hier? Dich retten! Vielen Dank! Ich kann mich ganz gut selbst retten! Wichtig ist doch nur, dass Arwen befreit wurde! Von mir selbst! Von mir! Kleine Planänderung! Wir müssen eine Lava-Kanone zerstören! Aber wir sind nur drei gegen hunderte von Raiders! Wir sind vier! Ihr seid drei! Das war... Ach, das erzähl ich euch später mal! Wir müssen weiter! Das muss sie sein! Halt! Wer seid ihr? Du schon wieder? Ja, ich! Prinz Arwen von Novelmore! Mit Gwyn und Dario! Tritt zur Seite, damit ich diese schreckliche Waffe da oben zerstören kann! Da musst du auch noch an mir vorbei! Brody! Wie oft muss ich dich noch gefangen nehmen, Arwen? Brody! Ich weiß, in deinem tiefsten Inneren hast du ein gutes Herz! Du musst uns diese Kanone zerstören lassen, sonst werden Unschuldige leiden! Oh, also wenn du das so siehst... Nein! Von Versuch wert! Ah! 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 Das war so geplant! Ah! Ah! Ich glaube, wir können es schaffen! Das scheinst du tatsächlich zu glauben! Magmaton! Zeig uns dein wahres Gesicht! Damit habe ich nicht gerechnet! Ich werde euch alle vernichten! Viel Spaß! Ah! 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 Euren Freund wird es als ersten Treffen! Ah! Du hättest ihn nicht herbringen sollen! Du hättest dich nicht entführen lassen sollen! Hätte vielleicht jemand eine Idee, wie man meinen bevorstehenden Untergang abwendet? Ich versuche nur Novelmore zu retten. Ach ja, ich versuche auch nur Novelmore zu retten. Oh je. Einen Moment mal. Hey, Magmaton! Du solltest uns gegenüber offener sein! Was? Nein! Jetzt reiß ich mal zusammen! Ich hab Novelmore gerettet! Schnell, sonst müssten wir auch gerettet werden! Wir sehen uns wieder, Arwen. Und nächstes Mal werde ich nicht so freundlich sein. Die Lava-Minen! Die Kanonen! Alles zerstört! Ja, Vater. Dank deines Faxenmachers! Kaboom! Er hat Prinz Arwen an den Ort unserer Geheimoperation gebracht! Kaboom ist weg! Ich versuch's nochmal! Wer hätte gedacht, dass der Feuer nahm mich so enttäuschen kann! Aber du, mein Sohn, hast meinen größten Respekt gewonnen! Oh, Vater! Darauf habe ich so lange... Du bist mein neuer Narrenkronprinz! Na dann, äh... Danke fürs Retten! Was hätten wir tun sollen? Dich nicht retten? Ehrlich gesagt, mir kam der Gedanke! Dieser Brody kann dich offensichtlich so gar nicht leiden! Ich weiß, völlig unverständlich! Dario, willst du's ihm erklären oder soll ich? Bist du erst zu Hause! Bist du erst zu Hause!